Herzlich willkommen zum neuen Video von Womadventure. Ja, unsere Iranreise geht weiter. Wir tauchen diesmal ein in den Orient hinein, in Städte. Und zwar zuerst nach Khashan, dann nach Ardakan und zum Schluss noch Yask. Ihr werdet also einige Fotos auch sehen, wo uns wirklich hinein, in diese orientalische Welt hinein begleiten werden. Und wunderschöne Bilder wird es dabei haben, mit der passenden Musik natürlich. Also dann viel Spass beim Schauen. So, 6.45 Uhr früh am Morgen und die Sonne geht auf in der Wüste. Das ist schon schön. Die Hunde, die ist verreut. Morgen Spott. Die Hunde, die sind nie aus. Ich bin ein Schöne. Ich bin ein Schöne. Heute sind wir etwas früher aufgestanden und fahren jetzt weiter und wir müssen diesen Hügel, diesen Berg überqueren, aber ich weiss nicht ob das geht und sonst kehren wir einfach um. Also das sieht machbar aus, da zwei Hügel und dann sieht es ziemlich fest aus, alles gut. Jetzt fahren wir noch ein bisschen Schlitten da runter, ein dünner Meer hinten. Also da brauche ich die Motorbremse nicht, ich habe die Sandbremse, muss sogar noch ein bisschen Gas geben. Und hier noch eine Morgennebellandschaft über der Hüse. Tja, was kommt denn da auf unserem Weg? Ich glaube wir haben den Verkehr. Das ist ja geil, lauter wild lebende Trommelare. Neugierig sind sie offensichtlich auch. In der Morgendämmerung, was gibt es schöner? Ja, irgendwie machen die das so, wie wir das kennen. Schön eins hinter dem anderen. Muss ich nicht wohl in den Genen liegen. Geil, he? Wah, ist das toll. Da fahren wir auf eine Siedlung zu, da leben Menschen, ganz einsam mit den Tieren. Die Esel müssen mal riechen, wie das komische Gefährt denn da riecht, was das für ein Tier ist. So unterhält man sich, wenn man die Sprache nicht versteht, gell? Mit Händen und Füßen und Gestik und so weiter. Hallo? Den Esel stört nichts, aber die Hunde müssen schon wieder die neuen Hunde begrüßen. Da geht es wieder ab. Also, der Herr möchte gerne gefilmt oder fotografiert werden. Dann tun wir das natürlich, wenn er das sich wünscht. Tja, auch hier gibt es, glaube ich, Tee oder irgendwas, wir wissen es noch nicht genauso. Hier wohnt der Herr. Tja, André Linda, Andresitten, der hat uns gerade den kleinen Kerl gezeigt. Den hat er jetzt aus der Tüte rausgelassen und dem hat er wohl gerade vorher aus der Ohren abgestiegen. Ach, da tut einem das Herz weh. Ja, wir sind total auf dem Land und so lebt man hier oder er lebt hier. Also wie im Altertum, überall so Nischen, wo dann halt Zeug drauf gelegt wird. Da wird geschlafen, da in der Mitte das Feuer. So, jetzt gibt es ein bisschen Spiritu, so ein bisschen Feuer für uns und er macht einen Tee. Enjoy. Enjoy. Also, der Herr hat noch mehr Tiere, auch kleine Schafe. Wir haben jetzt gerade mal bewirkt, dass er wegen seiner Tüte raus darf, der kleine Kerl. So ein Zuhause ist schon interessant. Da gibt es dann auch noch Raum für die Tiere. Das ist ein unterirdischer Stall, aus Lehm gebaut. Und da gibt es dann noch mal ein Gehege. Und hier drin sind die Schafe dann geschützt vor der Hitze. Das ist interessant. Habe ich so echt noch nie gesehen. Auch die Eila muss das natürlich erkunden. Und der kleine Hund ist dabei. Hier ist der kleine Hund dabei. So. Zum Tee gibt es jetzt auch gleich noch Frühstück. Auf Hirtenart. Ja, wir haben uns jetzt verabschiedet von dem freundlichen Mann. Und dann geht es weiter durch die Hüste und Sonnen. Und dann stehen wir wieder vor der nächsten Kamelherde. Der Untergrund ist immer mit Salz vermischt. So, das schauen wir uns jetzt mal an hier. Das sieht aus wie ein... Was meinst du, was das ist? Ein Camp. Oder Zeltplatz. Ein Camp. Da kommen die Touris mit ihren Jeeps und übernachten da. So. So, da kann man auch übernachten hier in der Wüste. Extra gebaut, aber noch irgendwie under construction. Das ist Service, oder? Das ist Service. Der hat gerade die Piste schön planiert. Kein Waschbrett. Hiptop. Aber wir fahren gemütlich, weil es gibt viel zu sehen, wie ihr seht. Kommt mir vor wie eine Safari. Das sieht echt danach aus. Drei Drahtsruhrkanäle und Schafe. Und viele Sand in den Bergen begleiten uns auf der Fahrt. So, da vorne links sollte es da einen Salzsee haben. Und es ist momentan viel Wasser. Wenn wir Glück haben, hat es Wasser drin. Also ich finde es vernünftig, dass du jetzt nicht weiterfährst, weil da bricht ab und dazu der Untergrund weg hier. Ja, wir sind da. Nimm Salzsee. Warten schalzig. Dann schicke ich die Frau raus zum Salzhof. Abkratzen. Unendliche Weite. Das ist Wahnsinn. So, da haben wir den Pistefleisch. So, jetzt fahren wir mal zu diesen wunderschönen Sanddünen heran, so nah wie möglich auf dieser gut harten Piste. Das ist ein schöner Platz. Das ist unser Frühstücksplatz. Das ist eine geile Kulisse. Ach, wie in der Sahara, ich liebe es. Ja, ich habe festen Boden. Ich konnte hier bis nah an die Dünen fahren. So, hier wird gegessen. Einen Rundumblick. machen wir hier von den Sanddünen zu den Wasserstellen und weiter zum Salzsee. Ja, da unten stehen wir mit unserer Frühstückspause und da hinten gibt es dann noch mal Sanddünen. Durch diese Sanddünen wandern ist schon ein Erlebnis, vor allem weil wir wirklich weit und breit die einzigen sind hier. Keiner sonst da, außer ein paar schwarze Käfer. Die Sanddünen Gute 20 Kilometer weiter sieht es so aus, wie wenn da Sandberge sind, Sanddorf, aber es geht da rechts zwischendurch. Ich habe zwei LKWs gesehen von Weitem und die sind aber nicht von da gekommen, wo ich gekommen bin, sondern ganz links um den grossen Berg beim grossen Salzsee sind die rumgefahren und bringen wohl Salz in die Zivilisation. So, an dieser Stelle führen diese zwei Pisten zusammen und hier fahren die LKWs hoch und bringen das Salz. Ja, sagenhaft eine Strasse über die Sanddünen, nicht schlecht. So, jetzt zieht sich das hin, jetzt geht es langsam wieder runter, ich sehe schon ein Dorf weiter hinten runter und jetzt habe ich dann wieder Handyempfang. Ja, sieht schon speziell aus, mitten durch, so Halbdünen sage ich mal, eine Strasse oder eine Piste. So, bald sind wir raus aus diesem Sandhaufen und dann geht es wieder in die Zivilisation. So, schön war's. So, schön war's. Also, diese Frau camped ganz alleine in ihrem Toyota Hilux, sie kommt vom Teheran, wusste ich auch nicht. Frauen alleine am Campen. Ja. Der Herr da ist ein Kollege, der schläft in diesem Auto. Ja, und die Iraner, die feiern so am Abend in der Wüste. Also, die Iraner haben geheiratet und das ist jetzt eine Inszenierung mit Fotos-Shooting, ganz speziell. Das haben wir schon öfters gesehen, dass die Iraner so ihre Hochzeit dann nochmal festhalten in Fotos. So, wir haben eine Nacht da geschlafen und fahren jetzt wieder raus in die Zivilisation. Da oben eigentlich durch ein kleines Dünenmeer. Ja, im Passage landet sind meine Häuser. jetzt mal hier beim historischen Hamam. Das ist jetzt aber ein Kaffeehaus, Restaurant und da wird wie fast überall immer auch renoviert. Mittagszeit ist es gerade hier geschlossen, aber wir machen mal diese riesen Tür auf. Das ist der sogenannte Sea Showroom und da gibt es tolle Innenhöfe mit Kuppeln. Traumhaft. Jetzt mal Hinterhof-Atmosphäre mit Café Golab in der Mitte. Und hier mal Pracht wie aus Tausend einer Nacht, alles renoviert. Da geht das Auge über. So sieht es hier auch, hier gab es mal ein schweres Erdbeben und so ist es renoviert. Hier kommt ein Restaurant oder ein Kaffee, Kaffee Shopping. Hi, Wettbewerb. 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 So, traditionell am Boden sitzen, aber selbst ist der Mann, der hat sich mal umgebaut, weil wir wollten heute gerade mal nicht am Boden sitzen. So, mal kurzer Halt in Adakan. Der René will was drehen lassen. Und jetzt gucke ich mal in diese Werkstatt hinein. So sieht es da aus, riecht nach Metall natürlich. Und hier wird gearbeitet. Man an der Bank. So, was ist denn das, was du da machen lässt gerade? Die Staudruckklappe, äh, die Büchsen ersetzen. Im Iran. Im Iran, ja. So, das sind die Messinglieferanten. Eine Bude daneben und die haben mir das Messing geschenkt. Es ist unglaublich, was ich hier erlebe. Die Leute sind so nett. Danke vielmal. Also, gekostet hat es nichts. Wurde uns geschenkt. Und jetzt auch noch Tee trinken natürlich. So, und das sind die Dreher. Die haben mir das Teil gedreht in meinem Beisein. Und er hat es top gemacht. Es passt exakt. Nicht zu gross, nicht zu klein. Ich bin sehr zufrieden. Und die haben mir das auch geschenkt. Natürlich habe ich sie mit Schokolade belohnt. Herzlichen Dank. So, jetzt gehen wir mal in das Unterwassersystem. Runter. Unter der Stadt. Das war früher die Wasserversorgung der Stadt. Ein Labyrinth von Gängen. Überall. Also, hier unten ist gerade was, dass ein Mensch durchpasst. Jetzt geht es da rein. Jetzt geht es im Kreis. Gott sei Dank gibt es nicht viele Abzweigungen. Wow, ein Labyrinth. Da kann man links. Da geht es. Also, das sind so viele Kanäle, Gänge. Ah, da geht es hoch. Aha. Da geht es raus. Und hier ist der riesige Wasserversorgung. Ja, mit dem René geht man natürlich auch die verbotenen Wege. Wir haben nämlich gerade eine Absperrung überschritten und sind jetzt hier im unrenovierten Teil. Aber es ist doch finster. Und so sieht die Kuppe von oben aus. Zum Tee einladen und gleich den Hund führen. So eine tierliebe Iranerin hier, Parkplatz, will uns einladen. Zack. Und schon sind wir beim Essen eingeladen. So schnell geht es. Tja, also voll aufgetischt. Ganze Familie ist dabei. Wunderbar. Sehr schön. René, schmeckt es? Sehr gut. Ja. Kurzerhand haben wir festgestellt, die Leute haben auch Pferde und zwar Araber. Die zeigen sie uns jetzt. Hunde geht es auch. Schon kleine. Hunde. Und da sind die schönen Pferde. Also den Platz hätten wir natürlich nie selber gefunden, wenn wir nicht die Familie kennengelernt hätten. Das ist schon spannend. Und natürlich Hunde kennenlernen hier. Der Kleinen fällt es gar nicht, die großen Hunde. Ayla ist souverän. So, was für ein schönes Pferdegesicht. Rene macht Pferdebeschwörer. Der Kerl ist ein... Eine Schönheit, René, neben dir. Wunderschön. Ein Traum. Diese Pferde. Jetzt präsentieren sie uns ihr schönstes Pferd wohl. Ganz stolz. Aber die sind auch Gedel. Sehr schön. Jetzt noch Altstadtbesichtigung in Arakan. Da gibt es ganz schmale Gassen. Und dann ist es wieder zu kämpfen. Ich kann es nicht in der Liebe lesen. und dann. Und dann. Ja, ich kann es nicht in der Liebe. Aber ich bin in der Liebe. Ja, ich habe ihnen nur gefeiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt besuchen wir mal einen persischen Garten, da war früher viel Party. So hat man früher hier gelustwandelt und hier steht auch der höchste Windturm Irans. Und so ist ein Windturm von innen konstruiert, da zieht die kühle Luft hoch. Tja und tatsächlich kann man das spüren, also hier unten ist viel viel kühler als oben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020